Lektion 9 In dieser Lektion erfahren Sie, wie das Grundeinkommen ausbezahlt werden kann. Aber zuerst, ist ein Grundeinkommen gerecht, wenn es an jeden bezahlt wird, selbst an die Reichen? Manche argumentieren, dass die Bedürftigkeitsprüfung den Verwaltungsaufwand erhöht und manche Bedürftige durch das soziale Netz fallen könnten. Andere meinen, dass selbst die Reichen Teil der Gesellschaft sind und ein Grundeinkommen verdienen. Aber sehen wir uns die Auszahlungsvorschläge an, ob diese Frage nicht überflüssig ist. Die meisten von uns erhalten von irgendwoher Geld. Um anschaulich die Zahlung eines Grundeinkommens in verschiedenen Vorschlägen zu zeigen, ist es sinnvoll, einen Graphen mit X- und Y-Achsen zu nehmen. Die X-Achse ist das Bruttoeinkommen, die Y-Achse das Nettoeinkommen. Wenn wir keine Steuern auf Einkommen bezahlen, erhalten wir eine Linie, hier blau, die dazu genutzt werden kann, um die Auszahlungsvorschläge zu vergleichen. In diesem Fall entspricht unser Nettoeinkommen unserem Bruttoeinkommen. Wenn wir ein lineares Steuersystem hätten, beschreibt die rote Linie unser Nettoeinkommen. Alles zwischen der roten und blauen Linie wird als Steuern bezahlt. Der Vorschlag von Milton Friedman, eine negative Einkommenssteuer, hievt die rote Linie bei geringen Einkommen über die blaue Linie. In diesem Fall erhalten alle, die vor dem Schnittpunkt liegen, eine Zahlung vom Finanzamt. Selbst jene ohne Einkommen. Alle Leute über dem Schnittpunkt bezahlen das Geld, das zur Finanzierung des Systems dient. Ähnlich zu dieser Idee benutzen die Transfergrenzenmodelle auch eine Einkommenssteuer, wobei es dort einen Knick gibt. An diesem Punkt ändert sich die Besteuerung. Dieser Punkt heißt Transfergrenze und kann in verschiedenen Vorschlägen variieren. All diese aufgezeigten Modelle können auch mit einem zusätzlichen Grundeinkommen umgehen. In diesem Fall enthält das Einkommen das Grundeinkommen, wie es in Alaska der Fall ist, wo das Einkommen aus dem Permanent Fund steuerpflichtig ist. Aber sehen wir uns Vorschläge an, die keine Einkommenssteuer benutzen. Das Grundeinkommen wird zusätzlich zu einem steuerfreien Einkommen bezahlt. Es gibt auch Modelle, die die steuerfreie Einkommenshöhe begrenzen. Ähnlich zu der Idee der Transfergrenzenmodelle, aber mit umgekehrtem Effekt. Nach der Transfergrenze werden alle Einkommen, einschließlich dem Grundeinkommen, besteuert. Dadurch erhalten reiche Leute mit einem hohen Einkommensniveau kein Grundeinkommen, sondern zahlen Steuern. Hintergrund dieses Vorschlags ist, dass es eine bestimmte Arbeitsmenge gibt, die von einer Person in einer bestimmten Zeit erledigt werden kann. Jedes Zusatzeinkommen, das diese Person erhält, stammt nicht aus eigener Hände Arbeit, sondern ist der Gewinn durch die Arbeit anderer. Dieser Gewinn soll mit der Gesellschaft durch Steuern geteilt werden. Zum Schluss soll noch bemerkt werden, dass es einen alten Streit gibt, was und wie besteuert werden soll, sowie für was Steuern verwendet werden. Wie gezeigt ist das Grundeinkommen ein Vorschlag, um alle Bürger am Wohlstand der Nation teilhaben zu lassen. Wie gesagt ist das Grundeinkommen ein Vorschlag, um alle Bürger am Wohlstand der Nation teilhaben zu lassen. Wie gesagt ist das Grundeinkommen ein Vorschlag, um alle Bürger am Wohlstand der Nation teilhaben zu lassen.